so neuer tag und neuer shop und wir fangen direkt mal an mit schiffa die am start des 1500 wie bugs mit ihren wings natürlich auf dem rücken die aber zuletzt gesehen vor 87 tagen das ist glaube ich ja mit dem frostblate dazu ja sieht ganz nice aus und dann haben natürlich das fälken klaren set ihr kennt alle super nice ist eigentlich alles nice man muss man sagen hier männlich oder weiblicher skin je nachdem was man haben will natürlich hier noch verschiedene äxte die man nehmen kann und natürlich hier der felken absolutes highlight aus dem set muss man sagen 1500 wie wachs schon geiler gleiter bisschen nervig vom geräusch mit der zeit wenn man immer wieder auf und zu macht aber ansonsten eigentlich ein richtig geiles set muss man sagen felken set haben zuletzt gesehen vor 41 tagen dann gehen wir weiter zu dem venture set hier angefangen mit der axt und der triumph gleiter natürlich dazu 500 wie bugs und kommt natürlich männliche und weibliche version der superhelden hier und man muss sagen ich muss sagen diese böse version sieht irgendwie geil aus und hier auch natürlich der umhang dann auch in der passenden farbe dann das sieht auch irgendwie besser aus muss ich sagen in schwarz und roh guck mal bei der weiblichen ventura an ja sieht schon nice aus auch noch mal mit dem umhang und so hat auch cool gemacht backt ein bisschen durch da unten aber trotzdem sieht der ganz geil aus das sieht irgendwie besser aus muss man ganz klar sagen cool dass die auf jeden fall neue sachen bekommen bisschen schade für die items dazu dass die nicht eine zweite variante bekommen das finde ich ein bisschen schade immer aber ja die hatten wir zuletzt übrigens drin vor 37 tagen dann haben wir es zeiglo drinnen 2000 wie bugs ist immer so ein bisschen speziell bei so skins die sind ja richtig crazy gemacht wie ihr sehen könnt deswegen sind die auch 2000 wie bugs 67 tage her dann geht es weiter mit boot gunner super super stylischer skin auf jeden fall 800 wie bugs 21 tage her dann haben wir ein paar patroler drinnen 800 wie bugs wer dazu schlagen möchte 42 tage her wir haben einen neuen e-mode dran da kommen wir gleich zuerst mal zu hoax leiser hier 500 wie bugs passendes tool und jetzt kommen zum neuen e-mode toasty wo wie nice ist das denn ah ja gut gegessen auf jeden fall muss man sagen zwar nur wie bei ich muss ganz ehrlich auch der geht sogar unendlich ich muss ganz ehrlich sagen die 200 wie bug skins in absolut nice richtig cool gemacht ja wahrscheinlich man sieht ein roboter sie kann das nicht essen lecker lecker genau weiter geht's mit wiggle 500 wie bugs 26 tage her und wir haben buckle up drin auch 26 tage her und das war's auch also wieder ein normaler shop muss man sagen normale größe toasty auf jeden fall das highlight schreibt gerne mal rein was euer highlight ist und was im shop geben würde ich würde sagen ich gebe dem shop heute mal eine 5 von 10 sind ein paar gute sachen drin toasty ist auf jeden fall für mich das highlight weil es auch neu ist die anderen sachen kennen wir alle schon für leute auf jeden fall interessant die da noch mal zuschlagen möchten supporten könnt ihr mich auf jeden fall mit dem creator code wenn snipes like uns ab freue ich mich auch drüber und für jeden der bei twitch zuschaut jeden tag circa 16 uhr kommt gerne dazu ich bin alles mögliche singleplayer multiplayer alles mögliche mit euch würde mich freuen auf jeden fall über jeden der dazu kommt also dann würde ich sagen hören wir uns morgen wieder also bis dahin tschau tschau